okay guten abend es ist für alle die die wiederholung sehen es ist freitag den 26 september 2014 und wir haben wunderbare referenten heute abend der ronald hoth zuerst der adlerflug erinnerung an dein wahres wesen und ja freue mich es ist absoluter luxus hier ja so schönes so solche menschen mit uns zu haben die ihre erfahrung teilen luxus pur dankeschön ronald jetzt schalte ich erst mal begrüße ich alle die das sehen von ganzem herzen ich freue mich dass ihr interesse daran habt und euch das anschauen mögt und anhören mögt ich möchte euch ein bisschen was erzählen es wird ein teil meditation sein und es wird ein teil einfach ein paar gedanken sein weil ich habe mich seit vielen jahren damit beschäftigt was wir menschen ja eigentlich machen auf diesem planeten und wer wir sind und welche einflüsse da sind und ich habe mich immer gefragt warum funktionieren viele dinge nicht und ich habe immer nach lösungen gesucht also mein bewusstsein immer auf lösungen gesetzt auf diesem wege habe ich mich natürlich viel beschäftigt auch mit schamanismus deswegen auch adlerflug heute das thema mit dazu eine kleine anekdote also das thema ist vertrauen ich weiß dass aus dem göttlichen im moment neue gesetze heruntergestrahlt werden auf die erde und eines ist das neue vertrauen ein ganz neues vertrauen zu unserem wahren ich zu unserem wahren sein und das ist schön für diejenigen die das schon entdeckt haben dass es auf einmal alles viel anders wird im eigenen inneren sein wir bemerken das natürlich auch solch andere gedanken und natürlich auch ganz viele gefühle die uns durchfluten energien die uns anfangen zu durchfluten weil die geistige welt im moment geistig und auch natürlich körperlich mit uns arbeitet also wir werden vorbereitet auf etwas neues wenn zwei adler ein pärchen sich anfangen sich zu lehren und diese vertrauen beweisen dann nennt man das ein courtship flight die kreien ihre kreien ineinander und stürzen so ab und das heißt die drehen sich die ganze zeit in einer spirale nach unten bis kurz auf den boden und im letzten moment lassen sich los und steigen wieder auf wie ein herz sondern das ist das absolute vertrauen ist ist ihr hochzeitstanz wenn ihr so wollt ich habe damals als ich anfing mich mit diesen sachen zu beschäftigen gerade mit diesen schamanischen sachen ich mache auch sehr viel musik habe ich das aufgenommen diesen courtship flight ich habe versucht das in in ein lied zu packen genau das und als ich das fertig hatte haben bei mir im garten das ist so ein kleiner teich zwei busse hatte das gemacht genau das bis kurz unter dem teich und sind auseinander geflogen und das männchen ist zu mir ins studio rein geflogen hat sich in die tür gesetzt und ist dann wieder weg geflogen das war für mich ein wunderschönes erlebnis ein anderes erlebnis also rückerinnerung an mich selbst ich hatte die chance eine begegnung zu haben mit chris christen fast dass jemand was etwas sagt und sie hat mir vor langer zeit einfach einmal etwas gezeigt ich solle mich erinnern und soll in etwas hinein fühlen und diese energie möchte ich euch gerne übertragen und zwar war es das gefühl mich zu erinnern wie ich das erste mal auf diesen planeten gekommen bin wirklich auf diesen planeten und ich sage es ist ein adlerflug gewesen nur eine energetische art und weise weil wir wirklich als lichtwesen hier eingetaucht sind in diesen teilen der schöpfung und uns dann aufgeteilt haben in andere erscheinungsform ob menschlich oder delphin oder feinstofflich oder grobstofflich ist egal wir haben wirklich die unterschiedlichsten sachen gemacht und ich übertrage euch das jetzt mal konzentriert euch mal auf euer wahres höchstes sein und fühlt mal in diesen punkt hinein wo ihr das allererste mal zur erde gekommen seid in diesem teil der schöpfung durch das superuniversum über das geistige tor dieser galaxie das ist nämlich in den pleiaden bis hin hier zur erde so und hier eingetaucht zeit wie habt ihr damals ausgesehen erkenne dich selbst ist die basis für das was wir sind erkenne dich selbst und wenn wir dort hinein führen in diesen flug den wir gemacht haben um zur erde zu kommen weil wir mussten dieses geistige tor benutzen und haben uns dort einen elektronen körper abgeholt von alpha und omega also den hütern die geistigen hüter von diesem teil der schöpfung also dieser galaxie hier unsere milchstraße und sind dann über das tor der base was sich in der nähe der sonne befindet geflogen und haben mit der energie von alpha und omega unseren elektronen körper unseren goldenen licht körper bekommen und dann sind wir eingetaucht hier hier rein in diese diese energien und haben auch das erste mal einen seelenkörper bekommen weil wir sind ja nicht die seele wir sind geist und gerade wir als geist wiesen haben die möglichkeit multidimensional zu reisen weil die multidimensional sind und für uns ist es ganz wichtig wenn wir uns mit frieden beschäftigen mit den friedens energien müssen wir frieden mit uns selber schaffen das ist das aller wichtigste und dafür ist es ganz wichtig hinein zu fühlen und unser wirklich wahres wesen was wir als mensch sind egal welches wesen wir auch in anderen schöpfungsteilen sind aber hier sind wir nun mal inkarniert als mensch und wir haben ja auch das wunderschöne wort menschlich sein und das sollten wir uns wieder ganz zu gemüte führen und sagen als mensch bin ich ein hüter dieser schöpfung viele von uns gerade die sich mit diesen meditationen jetzt beschäftigen die sich mit heilung beschäftigen sind bestimmt nicht das erste mal hier und viele sind auch schon lange aufgestiegen und zurückgekehrt sehr viele also möchte ich euch auch daran erinnern dass es vielleicht wirklich sinnvoll ist nach dem sinn zu fragen warum bin ich hier und was für ein gefühl ist in mir wenn traurigkeit da ist wenn sehnsucht da ist und irgendwie so ein gefühl ich möchte nach hause da ist weil wir haben sehnsucht und diese traurigkeit ist einfach eine ganz starke sehnsucht nach unserem wahren sein weil das mussten wir verlassen um her zu kommen viele von uns in ich weiß auch gerade viele die diese sendung sehen werden 100 prozentig haben einfach damit zu tun dass sie zurückgekehrt sind zur erde um die menschheit daran zu erinnern wer sie wahrlich ist ihnen das zurückzugeben was ihr eigenes ist ihr wahres sein kleiner schwenk es gibt eine sehr sehr schöne nachricht im letzten jahr viele haben ja nun gedacht 2012 21 12 da ist nicht so viel passiert aber ich sage es ist so viel passiert und das ist wirklich schön weil der krieg um die erde wurde beendet am 8 februar 2013 im märz daraufhin hat die ankara allianz die vorher ziemlich viel unfugier gemacht hat hat einen friedensvertrag mit der weißen bruderschaft gemacht das heißt die weiße bruderschaft hat seit vielen jahrtausenden seit juni letzten jahres wieder die macht über die erde und da könnt ihr euch vielleicht vorstellen dass sich ganz viel verändert das schöne ist dass sie auch gerade diejenigen die mit heilen energien arbeiten die die wirklich etwas für die menschheit tun und für die tierwelt und die ganze schöpfung hier dass sie sie lenken und leiten und ich bitte euch einfach mal da hinein zu fühlen meine worte die weiße bruderschaft dazu gehört der der diesen aufstieg leitet dazu gehört genauso die ganzen kohane auch der maha kohan den ich auch gefragt habe wie sieht denn das jetzt eigentlich aus mit dem frieden für die erde und er hat jetzt zu mir gesagt der welten frieden ist ausgebrochen das ist schon sehr erstaunlich weil damit habe ich nicht gerechnet also der welten frieden ist ausgebrochen weil es betrifft nicht nur die erde und deswegen für uns ist sehr wichtig auch nicht nur global zu denken sondern auch wirklich in dieser schöpfung und weit über diese galaxie hinaus auch zu denken es hat im letzten jahr noch ein großes treffen gegeben von 150.000 sternennationen von dieser galaxie 150 sternennationen die alle sehr interessiert sind wie wir das hier weitermachen und das wird ein echo geben was hier passiert im moment und wie sich das alles wandelt was für dieses ganze superuniversum ein ganz ganz großes echo bedeutet eine ganz große große weiterentwicklung das heißt wir sind hier für etwas verantwortlich wir sind hier auf die erde gekommen jeder von uns hat verträge gemacht ich weiß zum beispiel dass im deutschsprachigen raum über 350.000 oraphien inkarniert sind wirklich hohe wesen und es ist an der zeit dass die ihren verträgen nachkommen und wirklich ihre aufgaben machen weil sie haben vor ewigkeiten diese menschheit ausgesieht und sie wissen ganz genau was die menschheit brauchen es hat jeder in sich weltweit sind es 500.000 aber in den deutschsprachigen ländern sind es 350.000 also es bedeutet schon dass hier ganz viel passieren wird gerade in der nächsten zeit und trotzdem wird es langsam geschehen damit es möglichst friedlich ist die veränderung muss kommen ich weiß dass der göttliche plan vorgesehen hat dass die große veränderung noch in diesem jahr stattfindet also schauen wir mal was was geschieht und weltweit sind ungefähr sieben millionen sehr hohe wesen inkarniert und die sind auch alle bereit etwas zu tun und frage ich euch mal so ob ihr hinein fühlen mögt in euer wirklich wahres wesen einfach nur meine einfühlen ich fühle hinein in mein höchstes wahres wesen dass ich in wirklichkeit bin und rufe mich jetzt nicht ein schicht ich stecke kein gebet hoch sondern ein gebe das heißt ich gebiete ich will es haben ich will jetzt einen segen haben von meinem höchsten wahren wesen und dann nehmt es einfach an fühlt diesen segen fühlt euch selbst erfüllt euch selbst mit eurer eigenen wahren energie und spürt wie diese energie ansteigt sie ist gigantisch aber sie ist auch wunderschön mit dieser energie verändern wir hier alles und wir werden im richtigen moment das richtige tun immer und wir werden im richtigen moment im richtigen ort sein auch immer weil wir es multidimensional planen viele von uns haben diese inkarnation die sie jetzt haben schon seit jahrtausenden geplant das ist eine gigantische logistik das alles hinzubekommen begegnungen eventualitäten alles durch zu planen jeder von euch hat das gemacht und jeder lenkt und leitet sich selbst diese inkarnation mit einer ganzen crew aufgestiegener wesen bei den meisten sind es ungefähr 30 aufgestiegene meister und meisterinnen erzengel und so weiter wenn wir das wissen dass wir uns auch selber leiten von oben dann können wir das doch einfordern und das wichtigste für uns ist dass wir einfordern was wir wahrlich sind weil der freie wille für uns bedeutet wir müssen uns dafür entscheiden und wir müssen sagen was wir wollen also ich will meine weisheit wieder haben ich will meine kraft und auch meine macht wieder haben und bedenkt das wort macht hat bei vielen ja einen negativen aspekt aber macht besteht aus lebensfreude und lebenswille das ist den meisten gar nicht bewusst und dadurch öffnet sich wahrlich das herzzentrum und mit reinem herzen können wir ganz viel bewirken es nützt nichts destruktiven Wesen Liebe zu schicken weil das ist für sie wie Öl ins Feuer kippen das ist für sie regelrecht ätzend aber Verständnis für sie zu haben weil jedes Wesen ist immer das benimmt sich immer so nach dem wie das Bewusstsein ist wie der Bewusstseinszustand ist ändert sich das Bewusstsein werden wir auch anders miteinander umgehen erkennen wir unser wahres Wesen werden für alles Verständnis aufbringen können und werden durch unser Verständnis eine Resonanz erzeugt die wieder Verständnis erzeugt und das erzeugt wahren Frieden für uns selbst ins Verständnis gehen und nochmal ruft doch mal euer wahres höchstes Sein und ruft die Energie in euch hinein in euer irdisches System hinein lasst euch segnen von euch selbst aus den höchsten Ebenen der Quelle und dann fordert ein eure Weisheit eure Macht eure Fähigkeiten eure Erinnerung auch an euren Plan für diese Inkarnation weil jeder von uns hat das selber geplant weil letztendlich geht es für uns unseren freien Willen aufzugeben und uns wieder zu öffnen für unseren eigenen göttlichen Willen weil der einfach synchron zum göttlichen Plan steht und dieser Plan bedeutet wir sind die Hüter dieses Planeten dieses Teils der Schöpfung und so sollten wir mit allen Lebenden umgehen und da alles beseelt und belebt ist lohnt es sich wirklich darüber nachzudenken wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um wie gehe ich mit den ganzen Wesen um mich herum um und wie Wesen nehme ich eigentlich wahr und welche nehme ich vielleicht nicht wahr was bedeutet das wenn ich wirklich alle um mich herum wirklich auch mal segne also meinen Segen von oben an nehme aus der Urquelle und ihn weiter lenke und alles um mich herum einfach segne ich segne euch jetzt einmal von meinem Sein aus reinem Herzen und schicke euch einfach mal von meiner Energie von meiner Energie einfach eine Liebeswelle rüber und schaut mal wie sie sich anfühlt für euch selbst weil ich kann es jetzt schon spüren wie das fließt wenn ich das kann kann das jeder von euch auch macht doch Sinn einfach mal in die Tiefe zu schauen wieder und nicht das Äußere zu sehen sondern das wahre Wesen was in einem physischen Körper oder Gefährt steckt hinterfragt das doch mal wieder ich habe mich im Alter von zehn Jahren habe ich mich schon hingestellt und habe versucht Freunde davon zu zu begeistern mich einfach in eine Situation zu versetzen das heißt ich stelle mich irgendwo hin und sage egal wer jetzt um die Ecke kommt kann ich diesen Menschen wirklich lieben egal ob Mann, Frau, alt oder jung und zwar gleichgültig ohne Wertigkeit also gleichgültig lieben sie fanden das ziemlich doof in dem Alter also ich fand es aber richtig gut und ich mache das immer noch so das heißt ich mache das ganz oft dass ich mich einfach in die Fußgängerzone setze in den Kaffee trinke gemütlich eine rauche und dann mir die Menschen angucke jeden Einzelnen und dann sage ich für jeden dieser Menschen mache ich das deswegen bin ich hier nur aus diesem Grunde bin ich hier und kann ich das wirklich für jeden dieser Menschen tun was ich tue sich solche Gedanken mal zu machen es schafft einen innerlichen Frieden und wir gehen zwar noch in Resonanz mit Dingen die uns vielleicht traurig machen oder so oder die wir vielleicht als furchtbar empfinden aber letztendlich wir werden immer mehr in unser Zentrum gezogen in unser wahres Vertrauen innerlich und das erzeugt um uns herum eine Veränderung egal wo wir auftauchen also überall werden die Situationen friedlich ohne dass wir irgendwas machen müssen wir brauchen nur wir selbst zu sein und zwar innerlich in uns ruhend in einer inneren Stille in einer Beobachterrolle das Schöne dabei ist wenn ihr mit Menschen arbeitet ich weiß ja dass das viele die das hier sehen werden das tun und das auch wirklich gerne tun sagt doch mal den aufgestiegenen Meistern die euch begleiten sie sollen mal durch eure Augen schauen sie sollen mal gucken und dann sagt ihnen guckt euch das mal genau an dafür brauche ich jetzt eine Lösung und dann beobachtet einfach mal wie diese Lösung zu euch kommt das ist total schön das ist eine wunderbare Zusammenarbeit weil das können sie auch erst seit etwas über einem Jahr wirklich durch unsere Augen schauen und uns wirklich so sehen wie wir aussehen hier die finden das natürlich auch zum Teil echt lustig haben sie mir jedenfalls gesagt weil das ist sehr ungewohnt sie wissen ja wie wir auf den anderen Ebenen aussehen und hier haben wir eben eine echt lustige Verpackung versucht das alles mal ein bisschen lockerer zu sehen der Weltenfrieden ist ausgebrochen überlegt euch mal was das für eine Aussage ist und wie viele Regierende haben im Moment wirklich Angst sie haben wirklich Angst davor dass dieser Weltenfrieden wirklich ausbricht weil alles das was sie gemacht haben nicht mehr funktionieren wird und wir können es jetzt ja schon überall sehen wie verändert sich hier was beobachtet es und geht nicht mehr in die Furcht also nimmt das R setzt es ein Stück nach vorne denn es ist eine Frucht also wir sollen ja fruchtbar sein nicht furchtbar ja ihr Lieben lasst euch nochmal kurz in diesen Adlerflug hineingeben so als Abschluss fühlt nochmal hinein wie ihr selbst zu diesem Planeten gekommen seid das erste Mal bevor ihr eingetaucht seid in diese Galaxie habt ihr sie sich angeschaut diese Galaxie und stellt euch doch mal vor ihr seht die komplette Galaxie die ganze Milchstraße mit ihrem Zentrum mit einem so an eurer Seite habt ihr zwei ganz hohe geistige Wesen nämlich Alpha und Omega und ihr besprecht mit ihnen was ihr machen wollt ihr sagt es ihnen einfach und dann zieht es euch auf einmal mitten hinein in diese Galaxie zu einer Sonne und da begrüßen euch Helios und Wester die Elohim dieser Sonne und von dort aus hat jeden Menschen Erzengel Michael und Erzengel Gabriel abgeholt und dann sind wir mit ihnen zusammen zum karmischen Rat gereist und dort haben wir unseren Seelenkörper bekommen also unseren Plan für diese Inkarnation mit dem was wir machen wollen was wir verändern wollen all diese Sachen und dann sind wir eingetaucht in diese Inkarnation aber sind wir wirklich gleich eingetaucht oder haben wir uns erstmal gemütlich alles angeguckt ich kann euch sagen wir haben es uns gemütlich angeguckt wir haben uns genau angeschaut wie unsere Eltern aussehen was die machen wie sie sich geben was für Mimiken und Gestik sie haben bevor wir in den Körper reingegangen sind wir haben den von außen gesteuert weil da drin war es uns viel zu eng so und wir sind erst wirklich das erste Mal richtig eingetaucht als der Körper einmal geatmet hat also unser Körper den ersten Atem zugemacht hat da sind wir einmal ganz reingegangen aber lange haben wir es drin auch nicht ausgehalten weil es ja viel zu klein ist für uns so und diese Art zu reisen in diese Fantasie zu gehen was man ja sagt bei Kindern diese Fantasie reisen wir sind wirklich gereist und wir können es auch jetzt noch wichtig ist, dass wir eintauchen in diese Inkarnation um frei zu sein von diesem Körper das heißt uns frei in der Schöpfung bewegen zu können das ist ein ganz wichtiger Schlüssel dann wird uns vieles, vieles leichter fallen jetzt sind wir eingetauft in diese Inkarnation aber ihr könnt ja auch mal in die Zukunft schauen wie, wenn der Weg jetzt weiter geht in die Zukunft was verändert sich denn im nächsten Jahr in den nächsten drei Jahren und fühlt mal in diese Energie hinein wie bist du in drei Jahren welche Erkenntnisse sind da welche Erfahrungen sind da dann kannst du diese Energie ins Jetzt holen und viel Information die er schon bekommt vielleicht nichts Genaues aber du weißt doch dann schon wie du dich dann fühlst und dann ist dieser Weg viel leichter es ist friedvoller für uns wenn wir hineinfühlen wie unser Weg ist und den Impulsen folgen die wir uns selber von oben geben das heißt das erschafft einen inneren Frieden und dieser innere Frieden das ist unsere Aufgabe den nach außen zu tragen weil alles ist das Göttliche ob wir das manchmal so sehen oder nicht ist vollkommen egal und das Göttliche begibt sich in alles hinein aber immer gleichgültig ohne Wertung und für uns ist es wichtig was machen wir mit diesen göttlichen Energien das ist unsere Aufgabe wie gehe ich damit so ich denke das was ich jetzt gesagt habe ist eine gute Vorbereitung für die Meditation die gleich kommen ich würde mich natürlich freuen wenn wir uns auch mal wiedersehen ich mache das auch gerne mit Sheet nochmal oder zeige mich gerne nochmal wieder ich hoffe das hat euch so ein bisschen was gebracht und ihr habt ein bisschen was von der Energie gespürt ich merke jedenfalls dass ganz viel Energie durch mich fließt konzentriert euch bei eurem Weg auf folgendes noch die geistige Hierarchie für den Aufstieg der Erde die Leitung ist Saint-Germain der Maha-Kohan das ist übrigens ein Elohim jetzt das ist Cassiopeia und El Moya der für den göttlichen Willen steht der Cassiopeia steht für für den Heiligen Geist also Vertreter des Heiligen Geistes auf Erden und Lord Kutumi und unser lieber Lord Jesus Christus die zusammen sind die Weltenlehrer also die bewegen gerade ganz viel und wenn wir spirituelle Arbeiten machen wenn wir etwas hier auf diesem Planeten bewirken ist es immer gut wenn wir sagen Jungs ihr da oben wenn ich irgendwas mache gebt mir bitte Hinweise ob ich richtig liege damit ich mich nicht in irgendwas einmische was gerade wichtig ist sondern dem Ganzen diene weil ich möchte dem göttlichen Plan dienen das ist eine sehr gute Idee das einfach mit hineinzunehmen in das tägliche Wirken weil das erzeugt auch Frieden ansonsten gibt es nämlich manchmal ganz schönes Durcheinander weil wir etwas immer gleich wollen so sind wir ja gerne wir nehmen gerne Abkürzung aber ihr wisst ja der Weg ist das Ziel also die Erfahrung zu machen und ich weiß dass hier Frieden kommt ein Weltenfrieden das weiß ich aber die Frage wie haben wir es geschafft das dürfen wir jetzt durchleben so und das ist jetzt für heute mein Schlusswort und so grüße ich euch fühlt euch umarmt und geherzt und geliebt und so sage ich Nao Yokamai das heißt also in Liebe und Ehren und Achtung erkenne ich den wahren Geist in dir und dein Spirit sei geheiligt ich wünsche euch einen super schönen Abend noch ok lasst es euch gut gehen Dankeschön danke Dankeschön vielen Dank und herzlich gern ok bis bald so klar dann gehe ich jetzt raus ja ich mache es schon danke und ihr Lieben tschüss tschüss das war schön das war schön ist das ein Schamane schaien ich mache es schon ag schaue so die ich bin ein